Bis Anfang Februar will die Kohlekommission ein Ergebnis vorlegen. Aber warum eigentlich? Was ist so schlecht an der Kohle? Das erfährst du in diesem Video. Die Räumung des Hambacher Forstes hat die Kohlestoppenbewegung wachsen lassen. Über 50.000 Menschen demonstrierten für den Erhalt des Hambacher Waldes und gegen die Kohleverstromung. Dabei ist doch Kohle nicht so schlimm. Immerhin bietet diese knapp 20.000 Arbeitsstellen. Dieses Argument ziehen viele Kohlestoppengegner heran. Allerdings muss man beachten, dass viele dieser Arbeitnehmer mindestens 50 Jahre alt sind. Bis der Kohleausstieg also endgültig abgeschlossen ist, können diese Menschen in Rente gehen. Und somit fallen dadurch weitaus weniger Arbeitsplätze weg. Braunkohle ist aber auch ein sehr umweltschädlicher Energieträger. Kein anderer Brennstoff verursacht zu viel CO2. Zudem kommt noch, dass der dreckige Rohstoff auch erstmal aus der Erde geholt werden muss. Dabei zerstören riesige Schaufelbagger weiträumig die Landschaft und Natur. Außerdem vertreibt man damit viele Menschen aus ihrer Heimat. Ganz egal welches Alter. Ganze Dörfer müssen einem riesigen, hässlichen Loch weichen. Für was? Für die Kohleverstromung. Ein Irrsinn. Mehr als 175.000 Hektar Flächen haben die Schaufelradbagger in Deutschland bislang zu einer Mondlandschaft umgewandelt. Obwohl 70% der Tagebauflächen inzwischen nutzbar gemacht wurden, kommen diese aufgeforzeten und rekultivierten landwirtschaftlichen Flächen nicht mehr an ihren ökologischen Wert vor ihrer Zerstörung ran. Und auch die Wasserversorgung ist gefährdet. Das Grundwasser muss flächendeckend und bis in große Tiefen abgepumpt werden, um Kohle fördern zu können. Bis sich der Grundwasserspiegel wieder normalisiert hat, können Jahrhunderte ins Land ziehen. Und als wäre das noch nicht genug, besteht die Gefahr, dass Grund- und Oberflächenwasser durch Schwefel- und Eisenverbindungen aus den Tagebauern und Abraumkippen dauerhaft belastet werden. Das wiederum gefährdet geschützte Feuchtgebiete sowie die regionale Trinkwasserversorgung. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts wurden in Deutschland insgesamt etwa 370 Ortschaften durch die Tagebau zerstört und mehr als 120.000 Menschen zwangsumgesiedelt. Wenn du jetzt sagst, scheißegal, wohne ja weit genug weg von diesen Dreckschleunern, dann pass jetzt lieber auf. Weltweit fördert Deutschland die meiste Braunkohle. Drei der großen Abbaugebiete Deutschlands sind das Rheinische, das Mitteldeutsche und das Lausitzer Revier. Braunkohle ist allein für mehr als die Hälfte der Emissionen aus der Stromerzeugung verantwortlich. Und diese beschleunigen den Klimawandel, dessen Folgen auch dich bedrohen. Du hältst auch den Klimawandel für eine Lüge? Dann könnte dich interessieren, dass deutsche Kohlekraftwerke erheblich zur Luftverschmutzung beitragen. Luft, die wir und auch du einatmen. Hufs und Staubpartikel sowie Feinstaub werden frei und belasten unsere Luft. Durch diese Verschmutzung steigt für uns das Risiko für Atemwegs- und Herzkreislauferkrankungen. Laut einer Studie der Organisation HEAL führen die Emissionen aus Kohlekraftwerken in Deutschland zu 600.000 verlorenen Arbeitstagen und 2.600 vorzeitigen Todesfällen pro Jahr. Aber auch unser Trinkwasser wird mit gefährlichen chemischen Verbindungen wie Quecksilber, Arsen, Blei oder Kalium belastet. Diese gelangen über die Flüssigkeitaufnahme direkt in unseren Körper und können das Gehirn oder Nervensystem schädigen. Aus diesen Gründen müssen wir die Kohlekraftwerke abschaffen und auf erneuerbare Energien umsteigen. Denn was außerdem oft vergessen wird, ist, dass die Kohle in unserem Boden endlich ist. Wenn du also nichts mehr von mir verpassen möchtest, dann abonniere mich. Ich werde hier auch weiterhin für den Kohleausstieg und den Erhalt unserer Welt kämpfen. Keep Green dank Green World Facts TV